Musik Irgendwann haben wir da eine Kappesammlung im Keller hängen von jeder Tour jedes Jahr Alex, nach dem Tunnel, wo der Wasserfall war, da halten wir anunter, da machen wir so ein Püdel Ich hatte ja die großen, die ich nachgefüllt habe Ich habe volles Toppkins gekappt Irgendwo mal was trinken gehen, oder? Sepp, irgendwo mal was trinken gehen noch unterwegs? Lass uns doch erstmal wieder runterfahren Ja natürlich, irgendwo runter, denn nicht hier, wo Bier oder irgendwas kostet 6 Euro kostet Ne, aus Sölde raus und danach Sölde irgendwo an den Sparsen Irgendwo so außerhalb, so schön Na ja, so gestern da mit dem Kaffee Das war...